Heute ist das Hauptthema ja, Liebe und Mitgefühl und wie wir das praktizieren können in unserem Leben. Und bevor Tulku in dieses Hauptthema eindringen wird, möchte er erstmal etwas über Religion an sich sprechen. Wir wissen alle, dass im Namen von Religionen es sehr viele Vorteile gibt, aber dass auch manchmal es zu Streit gekommen ist oder zu Missverständnissen zwischen den verschiedenen Religionen. Wir wissen, dass ich Sie nicht mehr in diesem Grunde genommen habe. Wir wissen, dass Sie nicht mehr in diesem Grunde genommen haben, Ich denke, wir würden uns weitere Leute suchen. Und wenn wir uns so fragen, fast wir uns vorstellen. Auch wenn wir in den Land oder in den Land oder auch in den Land oder in den Land oder in den Land, wir gehen, wir gehen. Wir gehen, die wir haben. Wenn wir ein wirklicher Praktizierender welcher Religion auch immer sind, dann steht da im Mittelpunkt die Aufgabe von dem Gedanken, dass wir anderen wehtun wollen, dass wir ihnen schaden möchten und wir versuchen, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln. Aber leider Gottes ist es häufig so, dass im Namen von Religion politische und eigensüchtige Ziele verfolgt werden und dass manche Leute auch eine starke Identifikation haben mit ihrer Religion und sagen, ich bin Buddhist oder ich bin Muslim oder ich bin Christ und deshalb denken, einen bestimmten Status gegenüber anderen Menschen zu haben und sich gegen sie durchsetzen zu können. Und dadurch kommt es immer wieder zu Problemen zwischen den Religionen oder zwischen den Menschen. Aber Türko Römpche sagte, wenn wir wahre Praktizierende sind, welcher Religion auch immer, dann ist unser Weg dieser Weg des Liebe und des Mitgefühls. Und wenn wir einen solchen Weg gehen, dann von vornherein gibt es sehr wenige Momente des Konfliktes. Wenn wir selber Menschen mit Liebe und Mitgefühl entgegentreten, gibt es einfach sehr wenige Konflikte, die daraus entstehen können. Ja. 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 Nä. Ja. Wättest du den Gegenang rein und Furchen? St щellen j dismantle Tomguyen. Ja. Wir leben momentan in einer Welt, wo jedes Land vom Anderen abhängt. Wir sind in einer globalen Vernetzung, wo keiner ohne den Anderen kann. Und so sollten wir auch die Religion sehen. Wir sind alle miteinander vernetzt, wir haben alle eine Verbindung zueinander und die sollten wir zum Positiven nutzen und sehen, was wir voneinander lernen können und einander unterstützen und nicht eine andere Religion als einen Feind ansehen. Und der Türke sagt, es gibt drei Gründe, die er sieht, warum die Religionen sich einander unterstützen und sich gegenseitig austauschen sollten. J thr Cross i fruitful Positives ansehen, dass das viele Menschen ausm quietly Pepemisch b Rubius werden im Wendy und Absatz für quiseram. Würी gerne, wir sehen uns, dass die robeine, liebe du jacket und sich daran betonen. Und Living in Dżen Dynasty sehr gut. Aber wir erinneren den Weg für ein Bild und nodig sind. Deshalb ist die froh, wenn libertin sch miner, bewirkt, denn diese text Und der erste Punkt ist, dass Religionen gebraucht werden in unserer Gesellschaft. Oder diese religiösen Systeme, die wir haben. Und letztendlich haben alle Religionen ja das gleiche Ziel. Und zwar, dass die Menschen Glück und Wohlbefinden erfahren. Dass es da natürlich verschiedene Wege gibt, verschiedene Methoden gibt, verschiedene Ansätze gibt. Das ist völlig klar und ist auch völlig berechtigt. Und wenn wir das erkennen können, dass andere Religionen das gleiche Ziel haben wie wir selbst, dann fällt es uns auch leichter, sich ihnen anzunähern und sie zu unterstützen. Und was wir im Tibetischen die reine Sicht nennen, also das Gute und das Positive zu sehen. Und dadurch entsteht dann auch ganz automatisch eine Nähe. Und das ist das, was wir haben. Oder warum wir die правильно Submiten sollen? Die Schreie sind davon ausgedrıyorum, die die Schreie mitwachen und die Schreie mitwachen und den Schreie mitwachen. Die Schreie sind davon ausgedrël und das ist alles zusammengebe. Die Schreie sind davon ausgedrückt, wo die Schreie mitwachen sind wachsen. Die Schreie sind davon ausgedrückt, dass sie die Schreie mitwachen und die Schreie mitwachen verdienen. Und jeder Mensch hat seine eigenen Ansichten und seine eigenen Vorlieben oder Dinge, die er nicht so gerne mag. Zum Beispiel, wenn man daran an Essen denkt, dann gibt es manche Leute, die mögen Käse, manche Leute, die können Käse nicht ausstehen, manche mögen Saures, manche mögen das nicht. Jeder trägt auch gerne eine andere Farbe, manche Leute tragen gerne weiß, manche tragen gerne rot. Aber nur weil man selber gerne weiße Kleidung trägt, kann man ja dem anderen nicht sagen, ja jetzt musst du aber auch weiße Kleidung tragen, weil ich finde das schön und deshalb musst du das auch so tun, wie ich das möchte. Und genauso wenig können wir sagen, ich bin Buddhist, deshalb soll jeder andere auch Buddhist sein. Diese Art jemanden zu drängen oder da versuchen mit aller Kraft zu überzeugen, die ist nicht richtig. Wenn Tuku sich hier umschaut, hat versucht zu schätzen, wie viele Leute da sind, aber wie viele auch immer da sind. Jeder hat ja irgendwas anderes an, hat eine andere Frisur, hat eine andere Farben. Also jeder hat da seine Vorlieben und dadurch natürlich ist es auch klar, dass jeder eine andere Religion oder eine andere Sichtweise vielleicht lieber mag als jemand anderes. Es ist wichtig, dass wir alle, was es ich empfiehlt. Es ist wie es die Bewehr. Der Bewehr der Bewehr hat sich den Gewehr, aber es richtig ist die Bewehr. Wenn wir die Bewehr-Lebt, wie ich nur so für einen Gebrauch sehr erledigen, die die Bewehr nicht in der Nähe sind, die ein Metallgleichsisch abwech sollen. Wenn die Zettel mit den G 터chen, dann packen die Schmruhl und das der Zettel und die Körpersprache. Manche Leute, wenn sie anfangen sich einer Religion zuzuwenden oder einer philosophischen Sicht, dann ist das erste, was sie anfangen zu lernen ist, inwiefern ist meine Sicht oder meine Religion anders als von anderen. Die stützen sich dann darauf, um zu sehen, wo ist meine jetzt besser oder anders als die der anderen. Und Togo sagt, das ist der falsche Ansatz. Wir müssten eigentlich sehen, wo wir übereinstimmen, wo unsere Gemeinsamkeiten eigentlich liegen. Und uns darauf fokussieren, wie zum Beispiel, wie Karl Graubner gerade gesagt hat, dieses Thema von Liebe und Mitgefühl, das ist etwas, was im Buddhismus genauso eine Rolle spielt wie im Christentum. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir nicht nur versuchen, in anderen Religionen Fehler zu finden oder Dinge, die wir nicht so gerne mögen, sondern dass wir wirklich das Positive in jeder Religion sehen und in jeder philosophischen Sicht. Und Turku sagt, das zeigt also diese drei Punkte, die er gerade aufgezeigt hat, die zeigt, warum es wichtig ist, dass wir die Gemeinsamkeiten sehen, dass wir sehen, was uns verbindet und dass wir auch verstehen, warum Religionen eigentlich wichtig sind für uns. Also die drei sind die Wichtigkeit, warum wir Religionen brauchen, dass der zweite Punkt ist, dass jeder Mensch seine eigenen Gedanken und Vorlieben hat. Und das dritte ist, dass wir darüber reflektieren sollten, wo die Religionen übereinstimmen. Und das dritte ist, dass wir uns verbunden sind, wo die Religionen übereinstimmen können. Das ist die Möglichkeit, die wir in den Hinten mit dem Sanstkritisch kennenlernen. Die Hinten haben sich die Hinten, die die Hinten noch nicht in den Hinten, die wir nicht in den Hinten, die wir nicht in den Hinten, Wenn Tulku auf sein eigenes Leben zurückblickt, dann hat er dadurch, dass er in Indien jetzt viele, viele Jahre gelebt hat, sich sehr mit dem Hinduismus beschäftigt, besonders mit einer Schule, die Dangchenpa heißt. Er ist da auch in einen Tempel gegangen, hat dort mit den dortigen Hindu-Priestern gesprochen und von denen dann auch selber das gelernt.